Mein Name ist Hans Heinrich Wortmann. Ich komme aus Kamen, das liegt im Kreis Unna. Ich bin dort selbstständiger Landwirt mit einem Familienbetrieb. Wir beschäftigen uns mit Ackerbau und Schweinemast. Der Tag hat mir heute richtig gut getan, weil erst mal das Wetter wunderschön war, aber ich auch als Mitglied des Red Power Owners Clubs meine Kollegen wieder getroffen haben. Das hat mir richtig gut getan. Wir haben uns ausgetauscht, vor allen Dingen, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Ansonsten war das eine richtig tolle Veranstaltung heute. Es war von allem was dabei. Es waren technische Hintergründe. Es wurde ja der neue Optum vorgestellt. Die Highlights, die der Traktor hatte, wurden gezeigt. Aber auf dem Acker auch. Das war natürlich besonders spannend, in der neuen Kabine zu sitzen, auf den roten Sitzen, Leder sitzen. Ein ganz tolles Gefühl. Ich bin richtig zufrieden und bin stolz darauf, heute dabei sein zu dürfen. Es war heute das Rundum-Sorglos-Paket. Es wurde nicht nur die Technik gezeigt, sondern auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Es fing heute an mit dem Frühstück. Es gab Kaffee, das Mittagessen mit den Breps. Die haben mir übrigens sehr, sehr gut geschmeckt. Dann heute Abend mit dem Barbecue und zum krönenden Abschluss noch das Eis. Das war das Highlight des Tages. Neben dem ganzen vielen, was wir heute von Case erfahren haben, was wir gesehen haben. Ich komme gerne wieder.